Die vierte Ausgabe von meinem Videoblog heute im Karfreitag Schaffen Journalisten eigentlich an vier Tagen? Journalismus ist ein 24-7-Job. Da muss immer irgendetwas kommen. Irgendjemand muss immer arbeiten. Und wie sieht es eigentlich mit freien Journalisten aus, müssen die auch an vier Tagen arbeiten. Nein, die haben frei. In diesem Sinn, schöne Ostern. Tschüss! Die vierte Ausgabe von meinem Videoblog heute im Karfreitag Die vierte Ausgabe von meinem Videoblog heute im Karfreitag